Produktion insbesondere bei Gegenständen auch Fertigung, Fabrikation oder Verarbeitung im rechtlichen Sprachgebrauch die Herstellung, sind die vom Menschen mittels Arbeit bewirkten Prozesse der Transformation, die aus natürlichen wie bereits produzierten Ausgangsstoffen unter Einsatz von Energie und bestimmten Produktionsmitteln lagerbare Wirtschafts- oder Gebrauchsgüter erzeugen. In seinen Beiträgen zur politischen Ökonomie definiert Karl Marx die Produktion philosophisch im Rahmen der Gesellschaftssysteme als ökonomischen Prozess neben der Distribution, der Verteilung an Eignung und der Konsumtion. Vom Standpunkt der Betriebswirtschaftslehre ist die Produktion betriebsorganisatorisch Teil des Geschäftsprozesses. Eine umfassende Betrachtung der Produktion erstreckt sich nicht nur auf organisatorische und technologische Gesichtspunkte, sondern auch auf soziokulturelle und ethisch-normative Wertvorstellungen über die Arbeit, denen sie als einer der grundlegenden Vorgänge zur Deckung der menschlichen Bedürfnisse unterliegt. Begriffsklärung Produktion, Herstellung, Verarbeitung Der Begriff der Produktion bezeichnet die Herstellung von Gütern im Allgemeinen. Produziert wird in der Industrie, im Handwerk, in der Land- und Forstwirtschaft, im Bergbau oder auf künstlerischem Gebiet. Diese Produktion gliedert sich allgemein in Urproduktion, also Herstellung von Wirtschaftsgut aus Naturressourcen und die Herstellung von Waren. Diesbezüglich sind die Begriffe Herstellung und Verarbeitung fließend. So wird beispielsweise wirtschaftssystematisch prinzipiell in Metallhersteller und Metallverarbeiter unterschieden. Die dazwischenstehende Produktion von Halbzeug an und für sich auch schon Handelsware wird meist noch den Herstellern zugeordnet. Ob schon fertigungstechnisch schon eine Verarbeitung von Rohmetall vorliegt, die Ausdrückefertigung oder Fabrikation sind auf handwerkliche und industrielle Güter und Waren beschränkt. Auch in der Landwirtschaft wird zum Beispiel im Obstbau die Handelsware bei Tafelobst direkt ohne jede Verarbeitung produziert. Während der Sektor Lebensmittelherstellung primär die Verarbeitung von Tieren und Pflanzen umfasst. Dienstleistungen sind eingeschränkt produzierbar, solange ein zumindest in Maßen als Gegenstand zu begreifendes Produkt erzeugt wird. In Verlagen bleibt die traditionelle Bezeichnung Herstellung als großer Arbeitsbereich zuständig für Papier- und Onlineorganisation Satz CTC. Nicht lagerbare Wirtschaftsgüter wie beispielsweise Elektrizität oder Druckluft werden bereitgestellt. Produktion in verschiedenen Wissenschaften In der industriellen Produktionstechnik wird die Fertigung, die Verfahrenstechnik und die Energietechnik unterschieden. Unter Fertigung versteht man die Herstellung und Montage von zählbaren festen Teilen mit geometrisch bestimmter Gestalt. Die Fertigungstechnik beschreibt die Fertigungsverfahren wie Gießen, Schmieden, Fräsen oder Schweißen. Die Energietechnik beschäftigt sich mit Gewinnung, Umwandlung, Transport, Speicherung und Nutzung von Energie in all ihren Formen. In der Verfahrenstechnik wird primär die Verarbeitung von Rohmaterialien zu einem Produkt, unter Nutzung chemisch-physikalischer oder biologischer Vorgänge betrachtet. Sie steht damit zwischen dem Abbau der Rohstoffe und der Fertigstellung von Produkten. Dabei werden kontinuierliche und diskontinuierliche Prozesse unterschieden. Hier wird der Güterausstoß meist massen- oder volumenorientiert gemessen, da er nicht oder nur schwer zählbar ist, etwa Mehl, Salz, Eisen oder Medikamentenpillen. Anwendungsgebiete sind V, A, die chemische und Nahrungsmittelindustrie, Rohstoffförderung sowie Fließ- und Schüttgüter wie Zement. Die Betriebswirtschaftslehre führt die Produktion als eine der klassischen Funktionen im Betrieb. Die Produktion lässt sich noch Beziehung setzen mit Entwicklung, Konstruktion, Arbeitsvorbereitung, Fertigung und Montage. Diese Prozesse müssen koordiniert und gemanagt werden. Mit ihr befassen sich vor allem die Produktionswirtschaft und die Industriebetriebslehre. Die Betrachtung der Produktion ist teils auf die industrielle Fertigung ausgerichtet. Teils werden auch handwerkliche und weitere Fertigungsmethoden mit einbezogen. Manche Wissenschaftler betrachten nur die Erzeugung von Sachgütern als Produktion, andere beziehen ausdrücklich Dienstleistungen mit ein. Dabei Produktion also nicht klar ist, ob Dienstleistungen in Begriffen sind, verwenden manche Wissenschaftler den Begriff Leistungserstellung, um zu verdeutlichen, dass Dienstleistungen und Sachgüter gemeint sind. Analog wird auch von der Leistungsverwertung für den Absatz gesprochen. Hintergrund ist, dass immer mehr Sachgüter zusammen mit Dienstleistungen verkauft werden, etwa im Falle eines Herstellers einer komplexen Maschine, der die Schulung der Mitarbeiter im Kundenunternehmen übernimmt, sowie die Programmierung, Wartung und Lieferung von Ersatzteilen. Es existieren mehrere Definitionen von Produktion-Produktion als Faktorkombination. Es werden die Produktionsfaktoren Arbeitskraft, Betriebsmittel und Werkstoffe kombiniert, um Produkte zu erzeugen. Diese Definition geht zurück auf Erich Gutenberg, der nur die Produktion von Sachgütern betrachtete. Produktion als Phase im Betrieb, die zwischen Beschaffung und Absatz liegt. Diese Definition ist enger gefasst, da auch in Beschaffung, Absatz und allen anderen Unternehmensbereichen Faktoren kombiniert werden. Hier wird betont, dass bei der Produktion eine Transformation stattfindet und nicht nur ein Transfer wie Z, B beim Transport oder ein Eigentümerwechsel wie bei Beschaffung und Absatz. Produktion als Wertschöpfung Diese Definition versteht sich vor allem als Abgrenzung zur Consumption, bei der Werte vernichtet werden. Sie schließt aber auch Prozesse mit ein, bei denen Z, B Abfall vernichtet wird, da auch hier die Produkte mehr wert sind als die Ausgangsstoffe. Während Sachgüter lagerbar sind, also nach der Produktion fair oder gebraucht werden, ist dies bei Dienstleistungen nicht der Fall. Sie werden zeitgleich produziert und konsumiert. In diesem Zusammenhang werden die Begriffe Fertigung, Herstellung oder Fabrikation synonym gebraucht. Die verschiedenen Produktionsverfahren werden aus betriebswirtschaftlicher Sicht unterschieden nach der Anzahl der gefertigten Teile als Einteilungskriterium und der Fertigungsorganisation. Volkswirtschaftlich werden Begriffe wie produzierendes Gewerbe und Produktionswert verwendet. In der Volkswirtschaftslehre beschreibt die Produktionstheorie die Herleitung der Angebotskurve im Marktmodell. Von einer Technologie ausgehend, die alle technisch machbaren Kombinationen von Inputfaktoren beschreibt, lässt sich die effizienteste Faktorkombination für gegebene Preise herleiten. Daraus lassen sich die Faktorenachfrage und das Güterangebot herleiten. Siehe auch Produkt Schlanke Produktion Minimalkostenkombination Kuppelproduktion Fertigungsdienstleistung Verlagsherstellung Konstruieren Produktion von Software Bereitstellen von IT-Leistungen über spezielle Produktionsumgebungen Fertigungsbetrieb Produktionstechnik Produktionswirtschaft Befehlungsfeld www.ombo- Мыstrent exhibit